Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SV Elversberg Zweite Bundesliga, 2023-2024, 17 Spieltag Karlsruhe FC gegen SV Elversberg Ergebnis 3 zu 2 Startelf, Karlsruhe FC Breves, Jung, Brümant, Beifuss, Heise, Jensen, Burik, Nebel, Stenel, Maltewik, Sitzfizikatsa He, Entschuldigung Stürmer von Karlsruhe kann ich extrem schwer vorlesen Kann sein, dass ich das gerade versprochen habe Startelf, SV Elversberg, Christoph Das war's von Karlsruhe FC gegen SV Elversberg 17.56 Uhr Der Todes Das war's von Karlsruhe Kiitos Vor's Oh Oh Vielen Dank.